Von den Studien zum autoritären Charakter hat wohl jeder zumindest schon einmal gehört. Und da der Titel mit dem autoritären Charakter sofort Assoziationen freisetzt, meint man, deren Inhalt sofort zu erahnen. Die Studie, maßgeblich von Theodor Adorno betreut, ist auch rund 70 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung verblüffend aktuell. In den heutigen Zeiten beinahe brandaktuell. Vollständig wurde sie bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. Max Horkheimer hat das Hauptthema seinerseits prägnant auf den Punkt gebracht. Es ging um ein relativ neues Konzept, das Aufkommen einer anthropologischen Spezies, die wir als den autoritären Menschentyp bezeichnen. Im Gegensatz zum Fanatiker früherer Zeiten scheint er die für eine hochindustrialisierte Gesellschaft charakteristische Vorstellungen und Fähigkeiten mit irrationalen oder antirationalen Überzeugungen zu verbinden. Er ist zugleich aufgeklärt und abergläubisch, stolz, Individualist zu sein und in ständiger Furcht nicht so zu sein wie alle anderen, eifersüchtig auf seine Unabhängigkeit bedacht und geneigt, sich blindlings der Macht und Autorität zu unterwerfen. Ursprünglich sollte die Studie The Potential Fascist heißen, der autoritäre Charakter ist aber wohl ungleich treffender. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik werfen wir einen genaueren Blick auf die Studien zum autoritären Charakter von Adorno. Wir beleuchten die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Studie in den USA ebenso, wie deren Aufbau und wesentlichen Aussagen. In der Sendung zu Gast ist heute Eva-Maria Ziege. Sie lehrt Soziologie an der Uni Bayreuth. Zuletzt ist von ihr Bemerkung zu The Authoritarian Personality und weitere Texte erschienen. Auch dieses Buch wird heute Thema in der Sendung sein. Guten Abend, Frau Ziege. Ja, guten Abend, Herr Sprügel. Die Studien zum autoritären Charakter sind ja nun rund 70 Jahre alt. Selten werden soziologische Studien nach so langer Zeit noch beachtet. Was ist das Besondere an dieser Studie von Adorno? Ja, das Besondere an dieser Studie ist, dass sie heute noch so intensiv gelesen wird. Das geschieht normalerweise nicht mit empirischen Studien, wo ja die Definition schon sagt, das bezieht sich auf ein empirisches aktuelles Material, das mit soziologischen Methoden erhoben wird. Und so ein Material kann man ja annehmen veraltet. Das Besondere an dieser Studie war sicherlich, dass sie einen weit darüber hinausgehenden Anspruch hatte, das Ganze, diese Analyse von Vorurteilsbildung, nennen wir das jetzt mal so allgemein, zu verbinden mit einem gesellschaftstheoretischen Interesse, mit einer Fragestellung, die eben über solche Befragungen hinausgeht. Wie kommt es zustande, dass Menschen in Vorurteilen denken, dass sie sich politischen Bewegungen anschließen, die antidemokratischen Charakter haben, wo man ja vermuten könnte, das geht gegen ihre eigentlichen, ihre ureigensten Interessen. Und das alles geschieht ja in einer Zeit in den 40er Jahren in den USA und vor dem Hintergrund der Ereignisse des Krieges in Europa, also einer Zeit von Krisen und Kriegen, von Völkermord. Das alles ist der Hintergrund dafür, diese Fragen, diese Beschäftigung mit diesen Phänomenen in einen weit größeren Zusammenhang zu stellen und eben auch den Versuch einer groß angelegten gesellschaftstheoretischen Erklärung zu unternehmen. Sie haben jetzt schon ein gutes Stichwort mit in Ihre Formulierung eingebracht, nämlich die Rahmenbedingungen schon mal einen Blick auf die Zeit geworfen. Wenn wir da nochmal genauer hinschauen, dann ist es ja so, dass Horkheimer und später auch 1938 Adorno in die USA fliehen müssen, emigrieren aus dem Nazi-Deutschland. In Nazi-Deutschland ist zu dem Zeitpunkt in Anführungszeichen noch Frieden. Ein Jahr später, nach Adornos Immigration, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Die beiden kommen quasi als Ausländer in die USA der 30er und dann später 40er Jahre. Wie muss man sich das vorstellen, diese Immigration in die USA? Wie waren die Bedingungen der beiden in den USA? Auf welchen gesellschaftlichen Boden trafen Sie dort? Ja, das sind jetzt vielleicht mehrere Fragen, die Sie da gestellt haben. Das Institut für Sozialforschung war ja ein Institut, das in Frankfurt in den 20er Jahren gegründet worden war. Seit Anfang der 30er Jahre war Max Horkheimer Direktor dieses Instituts. Und Adorno zu dieser Zeit nur ein lockerer Mitarbeiter, der nicht so fest eingebunden war in dieses Institut, das an die Frankfurter Universität angebunden war. Und das Institut war ungewöhnlich in dem Sinne, dass es über eigene Geldmittel verfügte und unabhängige Forschung betreiben konnte. Und als sich in den 31, 32 schon abzeichnete, dass die Nationalsozialisten sich zu einer starken politischen Kraft entwickeln würden, wurde gewissermaßen vorausschauend vom Institut schon eine Immigration ins Auge gefasst, sodass sie dann Anfang der 33 ins Exil gingen, eben dann 34 in die USA und dort dieses Institut unter veränderten Bedingungen weiterführen konnten. Das war sehr ungewöhnlich und schuf sehr gute Rahmenbedingungen für die wissenschaftliche Arbeit. Und Adorno folgte erst 1938 Horkheimer in die USA und stieg dann in eine neue Phase der Institutsarbeit auch ein. Und das Jahr 1933 ist ja nicht nur ein Jahr, das für die deutsche Geschichte von besonderer Bedeutung ist, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, sondern eben in den USA war es 1933 Roosevelt, der zum Präsidenten gewählt wurde und der auch eine neue, ja grundlegend neue politische Ära in den USA einleitete und in diesem Klima einer Offenheit auch für Wissenschaftsimmigranten, auch für die Akademiker, die eben aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen waren. Das war ein wesentlicher Rahmen dafür, dass diese Studien dann stattfinden konnten. Sie beschreiben in Ihrem Buch, ich hatte eingangs schon erwähnt, dass heute nicht nur ein Buch Thema ist, sondern wir auf verschiedene Bücher eingehen werden oder das kurz anreißen werden. Sie haben ein Buch vor einigen Jahren schon veröffentlicht, Antisemitismus und Gesellschaftstheorie bei Soho Kamp. Dort beschreiben Sie sehr ausführlich diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Roosevelt-Ära. Er hat ja diesen New Deal, dafür steht sein Name, eingeführt. Der wurde in den USA abgewandelt, auch in einen New Deal. Und Sie beschreiben in einem Kapitel Ihres Buches sehr ausführlich und sehr genau die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch den Antisemitismus in den USA. Ich war bis dahin auch der Meinung, das ist ein rein europäisches, rein deutsches Phänomen, also antisemitismusweise, weltweit ein Phänomen, aber in dieser Art und Weise, in der Ausprägung, hatte ich es immer schwerpunktmäßig in Deutschland verortet. Sie beschreiben dort auch einen wachsenden Antisemitismus in den USA, der bis in die 50er Jahre hinein ging. Wie muss man sich den genau vorstellen? Welche Breitenwirkungen hatte der und in welchen Ebenen setzte er an? Und welche Auswirkungen hat es dann? Das ist natürlich eine weitreichende Frage, auch auf die Studie, auf die wir später eingehen wollen. Ja, also der Antisemitismus steht ja in Europa als moderner Antisemitismus, so nennt man das, in den 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und hat da eben bestimmte Komponenten, die ihn zu einem modernen Antisemitismus machen, in dem Sinn, dass er eben nicht mehr religiös, also aus der christlichen Religion heraus bestimmt wird, sondern dass er rassistische Elemente bekommt, dass man annimmt, dass es eben biologische Dispositionen sind, die Menschen-Rassen formen. Und dieser Antisemitismus, der hat sich in Europa eigentlich in allen Ländern in dieser Zeit gleich schnell verbreitet und gewinnt dann in den verschiedenen Stadien vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, eine mehr oder weniger starke Wirkung in verschiedenen europäischen Ländern auch, also eben jetzt nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch etwa in Frankreich ist er sehr wichtig. Das hängt dann mit der jeweiligen Nationalgeschichte der Länder auch zusammen. Aber er ist eben auch ein Phänomen der westlichen Welt und deshalb auch der USA. Und in den USA ist es ja so, dass wir es mit einem Einwanderungsland zu tun haben, wo, also ich habe die Zahlen jetzt nicht so präsent, aber es sind ungefähr 30 Millionen Einwanderer, die zwischen dem späten 19. Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in die USA einwandern. Und die bringen natürlich all diese Gedankengebäude, Voraussetzungen ihrer je eigenen Länder mit, die aber in den USA einen neuen Charakter bekommen, weil sich diese ganzen verschiedenen Nationen und Kulturen dort zusammenfinden. Und es gibt ja eine substanzielle Auswanderung, insbesondere auch aus Russland, dann aus dem terroristischen Russland, angesichts der Pogrome, mit denen man es da zu tun hat, in verschiedenen Wellen der Immigration, kann man dann sagen, oder der Flucht. Und so stellt sich das dann in den USA eben auch dar, dass das ja also letztlich ein Export ist, aber gleichzeitig ein Export, für den dann diese kulturellen, intellektuellen Traditionen, wie sie in Europa sich darstellen, auch nicht mehr gelten, weil sie eben in einen anderen Kontext gebracht werden, weil sie sich anders miteinander verbinden. Und deswegen gibt es also auch viele Studien, die gezeigt haben, dass der Antisemitismus in den USA, also schon vor dem Ersten Weltkrieg, eine gewisse Bedeutung gewinnt, wie er sich in den 20er, 30er Jahren gestaltet. Aber tatsächlich ist es so, dass dann mit dem Amtsantritt von Roosevelt als Präsident 1933 der Antisemitismus einen neuen Schub erlebt. Und das kann man jetzt natürlich auf verschiedene Ursachenbündel zurückführen. Sowas ist ja nie monokausal. Es hatte die Weltwirtschaftskrise gegeben, den Menschen in den USA ging es sehr schlecht. Die Arbeitskämpfe, zum Teil durch Gewerkschaften, die auch mafiöse Strukturen hatten, hatten einen intensiven, dramatischen Charakter. Und die Gegenbewegung gegen diese Politik Roosevelt, die ja mit dem New Deal so eine Art wohlfahrtsstaatliches Programm anstrebte, das für die US-Tradition ja ungewöhnlich ist mit dieser Idee eines Staatsinterventionismus. Das führte eben auch zu einer Eskalation innenpolitischer Spannung und eben dann auch des Antisemitismus. Und der hat dann ja zum Teil, wir haben es eben schon angedeutet, durch die osteuropäische Einwanderung auch ähnliche Facetten, eine Aufteilung in German Jews und Ostjuden. Und diese Bilder, diese Topo-I gibt es dann auch in den USA. Und es gab dann auch einen beschränkten Zugang von Juden zu freien Berufen, Arzt oder Anwalt und Beschränkungen an den Universitäten. Ja, das ist richtig. Also man muss sich das so vorstellen, dass es Einwanderungswellen aus Europa gibt. Also im 19. Jahrhundert die sogenannten German Jews, wie sie das gerade genannt haben, also die ja jetzt nicht alle deutsch sind, sondern die kommen also aus Gebieten, die zum Teil ja auch zu Polen gehörten, die sich aber so verstanden. Und dann spätere Einwanderungen von Ostjuden. Und bei solchen Immigrationsbewegungen ist es eigentlich immer so, dass diejenigen, die zuletzt ankommen, denen geht es zunächst mal auch am schlechtesten, denn die müssen ja erstmal ökonomisch Fuß fassen. Und so hatten sich eben auch, also gab es eine große Zahl jüdischer Einwanderer, Migranten, Amerikaner, die aber ganz verschiedene Hintergründe in diesen jeweiligen Familiengeschichten hatten. Also heute nennen wir das ja mit dieser etwas seltsamen Bezeichnung den Migrationshintergrund. Und die teilten sich eben auch wieder auf nach den jeweiligen Kulturen, Ländern, Nationen, aus denen sie kamen, den Sprachen, die sie mitbrachten. Und die bestimmten auch dieses politische Feld, auch die politischen Auseinandersetzungen, um den Antisemitismus in dieser Zeit dann ganz wesentlich mit, mit, weil sie Verbände bildeten, Organisationen. Also das American Jewish Committee ist eine der bedeutendsten dieser und auch ältesten dieser Organisationen gewesen. Und das war im Prinzip ein Verband von wohlhabenden Juden, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, den Neuankömmlingen, die in die USA kamen, zu helfen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und im Lauf der Jahrzehnte wurden sie eben auch zu einer Organisation, die sich die Abwehr des Antisemitismus zur Aufgabe macht. Und es gab viele andere solcher Organisationen auch. Eine der anderen wichtigen ist das Jewish Labor Committee. Das war eine Organisation, die sich in den 30er Jahren bildete und die im Wesentlichen die jüdische Arbeiterschaft vertrat und die ihre Anhänger ja aus dem osteuropäischen Judentum rekrutierte und von dort eben auch bestimmte politische Elemente wieder mit in die USA gebracht hatte. Bevor wir nachher ausführlicher auf die Studien zum autoritären Charakter eingehen, gab es natürlich auch Vorläuferstudien. Eine möchte ich nochmal jetzt erwähnen, weil sie die auch ausführlich beschreiben. Das war die Studie Antisemitismus among American Labor. Eine qualitative Auswertung in der amerikanischen Arbeiterschaft, die von der Hypothese ausging, unter anderem, dass der Antisemitismus durch Krieg und Völkermord nicht, wie man annehmen könnte, geringer wird, sondern sich noch verschärft hat in den USA. Da liefen bis November 1944 die Erhebungen. Und die Studie ist dann ein Jahr später, glaube ich, 1945 erschienen. Welche Bedeutung hatte diese Studie dann als, wenn man sie so nennen möchte, Vorläuferstudie für die Studien zum autoritären Charakter? Ja, also diese Studie war als Vorläuferstudie nicht eigentlich gedacht, sondern es war eine eigenständige Studie, die in Zusammenarbeit mit diesem Jewish Labor Committee, also dieser Dachgewerkschaftsorganisation, muss man sagen, für Arbeiter zustande kam. Und die Idee war, dass man die Entstehung einer Kriegswirtschaft, Kriegsindustrie nutzen könnte, um in den kriegswichtigen Industrien, in den großen Betrieben, also vor allem auch in den Schiffswerften, die damals entstanden und die die großen Kriegsschiffe bauten, Untersuchungen anstellen könnte, darüber, wie sich diese vielen Arbeiter, Juden, Nichtjuden, Christen, Muslime, Schwarze, Chinesen, also viele, viele Nationen, Religionen und so weiter mischten, wie die sich zueinander verhielten, um herauszufinden, wie sie den Zweiten Weltkrieg und aber auch die Berichte, die inzwischen ja in die Öffentlichkeit gedrungen waren über den Völkermord in Europa, wie sie dazu standen und wie das ihr Verhältnis zu den Juden, mit denen sie es ja täglich zu tun hatten, bestimmte. Und dabei kam eben heraus, dass diese antisemitischen Stereotypen, die in den USA genauso Teil des kulturellen Wissens waren, wie sie das in Europa waren, in dieser Krisensituation des Zweiten Weltkriegs sich auch auswirkten und eben nicht sozusagen zu Mitgefühl, Teilnahme oder Ähnlichem führten, sondern im Gegenteil zu einer Ablehnung der Juden. Und das ist etwas, was durch ein sehr umfangreiches Interviewmaterial belegt wurde, in dem eben Gespräche geführt wurden mit den Arbeitern, die relativ frei sprechen konnten und dadurch sich nicht bewusst waren, dass sie interviewt wurden und zum Ausdruck bringen konnten, relativ frei, wie sie über verschiedene politische Dinge denken. Und eine wesentliche Erkenntnis dieser Interviews war, dass der Antisemitismus eben nicht isoliert auftrat, sondern dass er immer in Verbindung mit anderen politischen Überzeugungen, Wahrnehmungen des ökonomischen Geschehens, kultureller Ereignisse und Ähnlichem verbunden war. Und das war dann eine wesentliche Erkenntnis auch für die Authoritarian Personality, dass man den Antisemitismus eben nicht isoliert untersuchen kann, sondern dass er Teil eines zusammenhängenden Denkens, Denkmuster, einer Mentalität war, in die er eingebettet ist und in der er eben dann eine mehr oder weniger starke Rolle spielen kann und auch verschiedene Elemente mehr oder weniger stark betonen kann. Also ein sehr fluides Gebilde auch, mit dem man es da zu tun hat, das aber gleichzeitig bestimmte klare Strukturen aufweist, die sich immer wieder wiederholen und das eben wäre dann das, was man mit dem Begriff der Stereotype bezeichnen kann. Und so war es dann auch in der großen Studie. Ihr hört die Sendung Vorlese aus Kulturwissenschaft und Politik und heute sprechen wir über die Studien zum autoritären Charakter und zu Gast ist Eva-Maria Ziege, die etwas über den Hintergrund der Studie erzählt und mit mir in die Bücher eintaucht, die zu dem Thema erschienen sind. Frau Ziege, wir haben also umrissen, es gab eine Studie zum Antisemitismus in der amerikanischen Arbeiterschaft. Nun würde mich noch einmal interessieren, wenn wir zu Studien zum autoritären Charakter gehen. Horkheimer und Adorno kommen eigentlich in Anführungszeichen im weitesten Sinne als Marxisten in die USA. In den USA war das ja eigentlich nie gut angesehen. Man erkennt es an einigen kleinen Stellen. Adorno schreibt an einer Stelle, er kennt eigentlich den Monopolkapitalismus. Man merkt es manchmal an dieser Wortwahl, den politischen Hintergrund. Wie drückt sich der Marxismus in den USA aus? Sie haben beschrieben, dass sie ihn in Teilen versteckt haben. Ja, das ist richtig. Also schon in Frankfurt an der Universität ist es so, dass der Marxismus zwar die grundierende Theorie ist, von der Horkheimer und seine gesamte Forschungsgruppe am Institut für Sozialforschung ausgehen, aber auch da wird es schon verhältnismäßig verdeckt. Also man kann das einen esoterischen Paradigmenkern nennen, mit dem man es da zu tun hat, der aber nicht so explizit gemacht wird in der Außendarstellung des Instituts, wie man das vielleicht sich hätte vorstellen können. Und das ist in den USA dann natürlich noch wesentlich stärker. Also man muss sich vorstellen, dass da eine Gruppe von Exilanten in die USA kommt, die sich in sehr verschiedenen Formen ja übrigens als Marxisten verstehen. Und bei denen es sich ja jetzt auch nicht um Parteimitglieder der kommunistischen, irgendeiner kommunistischen Partei handelt oder politische Aktivisten, sondern letztlich Akademiker, die mit Marx an die Analyse gesellschaftlicher Phänomene herangehen. Und das ist etwas, was sie in den USA natürlich nicht tun können, weil sie Flüchtlinge sind, weil sie Gäste sind in einem Land, in dem der Marxismus also die Gegenideologie schlechthin darstellt, kann man sagen. Und das gelingt ihnen auch sehr gut, weil sie eben eine sozialwissenschaftliche Arbeitserfahrung mitbringen, weil sie letztlich ja Akademiker sind, die in der Lage sind, das also umzuwandeln in Fragen, in denen das unsichtbar wird für diejenigen, die da nicht genau hinschauen. Und in den Studien zum autoritären Charakter, die ja auch Teil waren von einer ganzen Reihe von Studien, Studies and Prejudice, das waren insgesamt fünf Studien. Und zusätzlich in dieser Studie, über die wir eben schon gesprochen haben, Antisemitism among American Labor, da war der wesentliche theoretische Bezugsrahmen, die Psychoanalyse Freuds, die verwendet wurde. Und das war jetzt eine Möglichkeit einer sozialpsychologischen Annäherung an kollektive Phänomene, die in den USA eine sehr große Akzeptanz damals besaß und auch heute noch weit mehr besitzt, als sie das beispielsweise in Deutschland tut. Und das war auch, glaube ich, ein wesentlicher Grund dafür, dass sie dort reüssieren konnten und dass diese marxistische Grundierung, die das Ganze eben hat, auch sich nicht störend auswirkte, weil sie eben nicht explizit gemacht wurde. Wenn wir direkt in die Studie reingucken, dann beginnt sie mit der Problemstellung und da zitiere ich einmal ganz kurz, die Untersuchungen, über die hier berichtet wird, waren an der Hypothese orientiert, dass die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überzeugungen eines Individuums häufig ein umfassendes und kohärentes Gleichsam durch eine Mentalität oder einen Geist zusammengehaltenes Denkmuster bilden und dass dieses Denkmuster Ausdruck verborgener Züge der individuellen Charakterstruktur ist. An der Stelle kommt die individuelle Charakterstruktur rein, die hätte vielleicht Marx jetzt so nicht geschrieben, aber es klingt ein Basisüberbaugedanke an. Ist das richtig interpretiert oder liege ich da völlig falsch? Ja, sie liegen falsch und richtig, könnte man sagen. Also diese Studie wurde ja jetzt nicht nur von Adorno geschrieben und sie wurde auch nicht von ihm bestimmt. Das war ja eine Arbeit, die in einer Kooperation entstand mit zwei US-amerikanischen Wissenschaftlern, David Sanford und Daniel J. Levinson. Das waren Psychologen, die in Berkeley an der Universität waren und einer ebenfalls aus Europa stammenden Exzellenten, Elbe Frenkel-Brunswick. Und diese drei hatten einen genauso großen Anteil an der Studie wie Adorno auch und waren in keiner Weise einer marxistischen Theorie verpflichtet, so dass man sagen kann, dass dieser Satz, den Sie da gerade vorgelesen haben, diese Passage ein Kompromissprodukt ist zwischen diesen vier sehr unterschiedlichen Forschern, die da zusammenkamen, die sich aber eben einigen konnten über die Psychoanalyse Freuds auf ein Herangehen an die Untersuchung des Individuums, also in sozialpsychologischer Absicht, die davon ausging, dass mit dem freudschen Modell zugrunde gelegt werden konnte, dass es eine Natur des Menschen gibt. Also Adorno hätte das dann vielleicht als materialistische Grundlage interpretiert und diese Grundlage in der Natur des Menschen, die hat eben ganz bestimmte Folgen für den psychischen Haushalt jedes Individuums, die aber gleichzeitig gesellschaftlichen Bedingungen unterliegen und diese Formen und so sprach man dann in den 30er Jahren am Institut für Sozialforschung zum Beispiel vom Sozial- oder Gesellschaftscharakter, in dem sich gewissermaßen die Verwerfung des Sozialen, also marxistisch gesprochen, der Antagonismus der Klassen in der kapitalistischen Gesellschaft, in der kapitalistischen Ökonomie, abbildeten in den Charakteren der Menschen. Ich habe da nochmal gerade nochmal reingeblättert, wir sprechen da auch über, die haben dann, das ist erst vor zwei Jahren erschienen, das können wir nochmal erwähnen zu der Studie, dass die ja im Original über 1000 Seiten, glaube ich, umfasste ins Deutsche, sind bis heute bei Suhrkamp rund 500 Seiten erschienen. Die ganze Studie ist nicht auf Deutsch übersetzt worden. Sie haben vor zwei Jahren dann noch einmal die Bemerkung zu The Authoritarian Personality herausgebracht bei Suhrkamp. Da sind nochmal Texte drin, die bisher nicht auf Deutsch übersetzt waren. Da spricht Adorno ja auch nochmal im Rahmen unserer Gesellschaftsformation auch von einem verdinglichten Bewusstsein. Er sagt dann zwar selbst, das würde man heutzutage wohl nicht mehr so gebrauchen, weil das Recht abgenutzt ist, aber dennoch erinnert das ja entfernt an diesen Entfremdungsbegriff, der bei Marx noch sehr starr und sehr ökonomisch gedacht war. Ja, das ist richtig. Der Begriff der Entfremdung wird dann übertragen auf das Individuum, also psychologisch verstanden. Das geschieht ja jetzt auch nicht nur in unserem Theoriekontext, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Und das bedeutet dann eben für die Studien zum autoritären Charakter, dass der auch verwendet werden kann von Sanford oder von Levinson, ohne dass die sich jetzt unbedingt an Marx dabei anschließen müssten, mit einem Gefühl der Verlorenheit der Menschen in der modernen Welt. Und es gibt andere soziologische Termini, mit denen man das auch beschreiben kann, etwa der Begriff Anomie von Dürkheim, also die Orientierungslosigkeit des Menschen in der modernen Gesellschaft, die auch in eine solche Richtung zielt, um eben zu beschreiben. Also dass es schwierig ist als Individuum, sich zurechtzufinden, in diesen Widersprüchen, in die man gerät, in diese Zwänge, denen man sich unterwerfen muss sozial und über die man eben nicht bestimmen kann. Also eben der Widerstreit zwischen Autonomie und Heteronomie, könnte man vielleicht sagen. Die Studie, kommen wir jetzt mal direkt auf den Aufbau der Studie. Jetzt haben wir da den Hintergrund so ein bisschen beleuchtet und auch ein bisschen angerissen, wie die Denkstrukturen zumindest einiger der Autoren und Autorinnen waren. Sie haben es zu Recht bemerkt, dass es natürlich nicht alleine aus Adornos Feder stammt, sondern teilweise Kompromisse enthalten sind. Und das war eine Studie, die natürlich auch mehrere Forscher und Forscherinnen zusammen gemacht haben. Es geht der Studie, so beschreibt sie das selbst, oder so beschreiben es die Autoren darum, das potenziell faschistische Individuum näher zu beleuchten. Also es werden nicht explizite und überzeugte Faschisten gefragt, sondern potenziell faschistische Individuen. Und da ist es im Wesentlichen anders als der Studie, die wir eben, zur American Labor, die wir eben besprochen haben, basiert das Datenmaterial dieser Studie aus dem Mittelstand, richtig? Das ist richtig, ja. Wie kann man denn grob in der Kürze der Zeit die Studie umreißen? Soweit ich weiß, gab es erstmal eine Fragebogenerhebung und dann im zweiten Schritt nochmal eine Interviewphase, wo wirklich eins zu eins Interviews geführt wurden. Sie haben gesagt, American Labor, da wussten die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht, dass es sich um eine Studie handelt. Wie war es bei den Studien zum autoritären Charakter? Ja, das ist jetzt eine komplizierte Frage, weil diese Studie auch so kompliziert gebaut war. Sie müssen sich vorstellen, dass sich hinter diesen vier Autoren, die ich gerade genannt habe, noch drei weitere Autoren verstecken, plus einen großen Stab von Mitarbeitern, die das begleitet haben und unterstützt haben. Und das ist eine Studie, die mit einem Fragebogen arbeitet zunächst mal, der im Prinzip angelegt war, wie ein Fragebogen zur Meinungsforschung auch heute angelegt sein könnte. Also die Menschen werden nach ihren Einschätzungen zu bestimmten Fragen gefragt und können auf einer Skala von eins bis so und so viel sagen, stimme zu bis stimme gar nicht zu. Und das wurde ihnen auch so dargestellt, dass es sich um eine ganz normale Erhebung, um eine öffentliche Befragung handelt. Und auch da waren sie nicht darüber informiert, was das eigentliche Ziel dieses Fragebogens war. Und das ist auch Teil des psychoanalytischen Ansatzes. Also die Idee bei dem, was Sie eben auch schon beschrieben haben, das potenziell faschistische Individuum ja zu verstehen, zu beschreiben. Das heißt ja, dass man an Dispositionen herankommen möchte, die die Individuen dazu geneigt machen könnten, sich solchen Bewegungen anzuschließen. Und wir haben jetzt also eine Zeit, 1945, es sind gerade die Nationalsozialisten, die Faschisten in Europa besiegt worden. Das heißt, man kann ja schlecht in den USA eine Meinungsumfrage machen, in der man sagt, finden Sie es eigentlich gut, was Hitler wollte? Oder irgendwie sowas in der Richtung. Man kann nicht direkt fragen, man muss indirekt fragen. Und die indirekten Fragen so geschickt formulieren, dass die Antworten dann dabei mehr Preis geben, als sie vielleicht meinen. Und diese Fragebögen müssen dann in einer Art und Weise interpretiert werden können, die eben genau dieses Überschussmaterial in den Blick nimmt und einordnen kann. Das ist also sehr komplex, das zu machen, sehr aufwendig. Und im Anschluss an diese Fragebögen gab es dann eben noch eine Phase mit Interviews, auch noch andere psychologische Tests, die uns jetzt weiterhin nicht interessieren müssen. Und auf Grundlage dieses gesammelten Materials wurde dann eben in der Studie in einer Arbeitsteilung, die diese vier Hauptautoren betraf, eben versucht, das Material nach bestimmten Kriterien auszuwerten. Und Adornos Aufgabe war eben dann die qualitative Analyse dieses empirischen Materials mit Blick auf den Antisemitismus, mit Blick auf Einstellungen zu ökonomischen und politischen Fragen und auch zu religiösen. Und im Anschluss daran hat er versucht, das Ganze zu systematisieren in einer Typologie gewissermaßen des autoritären Charakters. Bevor wir da direkt drauf einsteigen, Sie haben das jetzt umrissen. Ich will es nochmal einmal etwas plastischer machen. Sie haben in der Studie gewisse Variablen zugrunde gelegt, Themenbereiche, die dann abgefragt wurden. Um da so einige Beispiele, ich habe es gerade nochmal aufgeschlagen zu nennen, haben Sie autoritäre Aggression als Überschrift gewählt, Tendenzen nach Menschen Ausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten, um sie zu verurteilen, ablehnen und bestrafen zu können. Aber Glaube und Stereotopie ist so ein Oberbegriff, Projektivität, Sexualität und auch autoritäre Unterwürfigkeit, um einige zu nennen. Also es sind Variablen, ich glaube neun an der Zahl, nach deren Kriterien quasi geguckt wurde, wie Sie schon sagten, weil man nicht direkt fragen konnte, hat man nach Einstellungen und Werten geguckt, die zum Beispiel, fällt mir das dabei auf, jetzt hier bei dieser Autotendenz nach Menschen Ausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten. Das ist ja etwas, wahrscheinlich auch was, deshalb auch die Aktualität der Studie, was bis heute Menschen antreibt. Sind diese Variablen da wichtig, also als Grundlage für diese Studie? Ist das so, kann man das so sagen, dass das so quasi den Rahmen geboten hat? Naja, also die große Leistung dieser Studie, also der Grund, weshalb sie so erfolgreich war und bis heute eben trotz ihres Alters so erfolgreich ist, ist, dass dann eine, nach vielen verschiedenen Arbeitsstadien, die man durchlaufen hatte, in der Entwicklung von Skalen, in denen man eben versucht hatte zu messen, welche Einstellungen die Befragten haben, die sogenannte S-Skala, die Faschismus-Skala entwickelt wurde. Die setzt sich eben aus diesen neun Variablen zusammen, die Sie gerade genannt haben und jede dieser Variablen, also wie zum Beispiel Konventionalismus, wird dann beschrieben durch eine gewisse Menge von Aussagen, die diese Variable beschreiben sollen und dann gibt es eben eine gewisse Variabilität innerhalb dieser neun Variablen, wie die Menschen sich dazu verhalten und aus diesem sehr differenzierten Bild, das sich dann da zusammensetzt, kann man dann am Ende ein Bild gewinnen, ob sie hoch oder niedrig sozusagen auf dieser Skala überhaupt rangieren, das wäre eben die Messung, die aber gleichzeitig, also doch einen großen Spielraum erlaubt innerhalb der Variablen, dass vielleicht die eine sehr stark und die andere viel schwächer betont ist oder alle ungefähr gleich ausgeglichen und das ist eben ein sehr differenziertes Bild, das man da auch gewinnen kann und indem das eben, also gerade dadurch, dass es so vielschichtig ist, auch diesen individuellen Dispositionen ebenso gerecht wird wie der Stereotypie dieser Dispositionen auch. Die Variablen, genau der F-Skala, Sie haben es ja selbst schon angesprochen, ich habe es eben vergessen, das zu erwähnen bei diesen neun Variablen, das wird ja dann nochmal sehr umfassend, also man muss sich das so vorstellen, ich habe mit vielen gesprochen, die diese Studien nur so ansatzweise grob zusammengefasst sehen, wenn man das durchliest, muss man auch viel statistisches Material wühlen, was man wahrscheinlich jetzt als Laie so nicht macht, um die Inhalte der Studie zu erfassen, aber die Tabelle 7 ist das jetzt in dem Buch ganz konkret, die Variablen der F-Skala, wie Sie schon sagen, werden dann nochmal ganz genau und dezidiert aufgelistet und da kann man sich dann eher einen Eindruck verschaffen, um was es geht, da sind dann Fragen wie zum Beispiel, wenn die Menschen weniger reden und mehr arbeiten würden, könnte uns allen besser gehen, in dem Bereich Aberglaube und Stereotopie bin ich drüber gestolpert, dass da gefragt wird, eines Tages wird sich wahrscheinlich zeigen, dass die Astrologie vieles zu erklären vermag, das ist mir bei den Bemerkungen dann auch nochmal aufgefallen, dass Adorno da bei diesem verdinglichten Bewusstsein nochmal Bezug zur Astrologie nimmt, an der Stelle merkt man vielleicht, das weiß ich, weil meine Vermutung so ein bisschen in den zeitgeschichtlichen Kontext, weil heute ist es ja nicht mehr primär Astrologie bei diesem Aberglaube und Stereotopien, sondern das hat sich ja nochmal sehr verlagert, eher in Richtung Deep State oder QAnon. Ist das Astrologie, war das damals nochmal wichtiger oder war das für Adorno nochmal wichtiger, weil das in den Bemerkungen auch nochmal auftaucht? Ja, also Adorno und auch das Institut für Sozialforschung, die waren aufmerksame Zeitungsleser und legten immer Mappen an, in denen sie solches Material sammelten und unter anderem eben Mappen, in denen sie die Astrologiekolumnen sammelten und auch analysierten. Es gibt auch eine Studie von Adorno, die in den 50er Jahren entstand, Stars Down to Earth heißt die, in denen er das untersucht hat, die ist auch sehr, sehr interessant in dem Zusammenhang mit dem Thema, über das wir hier sprechen, weil sie eben zeigt, dass es Individuen gibt, die geneigt sind, sich auf die astrologischen Vorhersagen zu verlassen, dass sie dort eine Sicherheit, eine Anleitung suchen für ihr Alltagsleben, die ihnen eben Orientierung gibt in dem, was wir eben schon beschrieben haben in diesem Zustand von Entfremdung, von Anomie oder wie immer man das jetzt auch nennen will. Und das ist etwas, was sich dann natürlich immer verändert, aktualisiert. Im Übrigen ist auch die Astrologie ja heute, glaube ich, ein ganz blühendes Geschäft. Aber das gewinnt immer je aktuelle Form in den Ländern, in den Kontexten, in denen man sich da eben bewegt. Ja, mir ging es jetzt einmal darum, also gerade bei dieser F-Skala, weil wir ja auch immer so einen Blick darauf werfen, der hat eingangs das Gespräch begonnen, dass diese Studie immer noch verlegt wird, immer noch aktuell ist. Das liegt wahrscheinlich daran, weil sie genau diesen autoritären Charakter umschreibt, der in Teilen, in Wesenzügen hat sich unsere Gesellschaft nicht wesentlich verändert. Also insofern finden wir ihn heute auch noch vor. In dem Bereich, ich will noch einmal einen Bereich aus dieser F-Skala aufgreifen, damit Hörer und Hörerinnen da so einen Eindruck haben, ist der Bereich Sexualität, der auch befragt wird. Da bin ich auch drüber geschäubelt und dachte beim Lesen, Mensch, das ist sehr tagesaktuell. Sittlichkeitsverbrechen wie Vergewaltigung und Notzucht an Kindern verdienen mehr als bloße Gefängnisstrafe. Da hatte ich sofort die Aufkleber von rechtsradikalen Parteien in Deutschland vor Augen. Todesstrafe für Kinderschänder an bestimmten Bereichen dieser F-Skala. Jetzt bei der Astrologie haben Sie recht, es gibt auch Astro-TV, glaube ich. Gibt es natürlich noch mal Veränderungen, das ist ja auch 70 Jahre alt, aber dennoch erkennt man immer wieder Dinge, auch beim Lesen dieser Studie, die tagesaktuell sind. Also insofern hat wahrscheinlich Teile dieser Variablen, kann man heute ähnlich noch zugrunde legen, oder? Ja, man muss sich den Prämissen dieser Studie anschließen und das ist in diesem Fall eine psychoanalytische Prämisse, nämlich dass im Unbewussten der Menschen Kräfte am Werk sind, die nicht unbedingt alle an die Oberfläche sozusagen im Alltagshandeln kommen, die aber trotzdem das Handeln und Denken der Menschen bestimmen, eben auch Irrationalitäten, mit denen man es da zu tun hat. Und das beruht auf dem Gedanken, dass man eine, ja das ist vielleicht jetzt zu kompliziert, das zu erklären, aber Freud geht ja von einem Modell der innerpsychischen Dynamik aus, die er in drei Instanzen unterteilt, es, ich und über ich und im Individuum befinden sich sozusagen diese verschiedenen Kräfte in einem stetigen Widerstreit und das ist das hier zugrunde gelegte Modell, dass eben die verdrängten Triebwünsche, die Bedürfnisse, die eben auch verdrängt werden müssen angesichts der sozialen Realitäten oder des Daseins des Menschen in der antagonistischen Klassengesellschaft, dass die sich eben, wenn die verdrängt werden, dass die nicht einfach verschwinden, sondern dass die sich in anderen Impulsen wieder Bahn brechen, unter anderem eben in Aggressionen und die eben drückt sich auf in dem Wunsch, Verstöße gegen die sozialen Zwänge, denen man selbst gehorcht hat, Straßen zu fordern. Das ist schon richtig. Man muss aber auch immer im Auge behalten, also dieser Begriff des autoritären Charakters, das ist ja ein Idealsympos, den man jetzt auch nicht verabsolutieren darf. Das ist ja nur ein heuristisches Modell, mit dem man arbeitet, um sich eben anzunähern an die Beschreibung von bestimmten Elementen bei Individuen, um solche Phänomene besser fassen zu können. Und gerade diese Variable mit der Sexualität ist jetzt eine schwierige Variable, weil sich ja seit den 40er Jahren, also gerade im Bereich der Sexualität, so viel verändert hat, dass man es sehr, sehr schwer mit der heutigen Zeit vergleichen kann, in der es ja eine ganz andere Permissivität im Umgang mit dem Körper, mit der Sexualität gibt. Und gleichzeitig gibt es eben wieder bestimmte Elemente, die sich da wiederholen, angesichts der Bedeutung, die das eben für das menschliche Dasein hat und eben auch in diesem sozialpsychologischen Zusammenhang, der ja vor dem Hintergrund der Individualpsychologie von Freud steht, mit der Wahrnehmung, dass man das eben nicht ausklammern kann aus der Analyse auch sozialer, kollektiver und auch politischer Prozesse. Und das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes an dieser Studie gewesen, dass sie dieses Element einbezogen hat. Ihr hört die Sendung Vorlese zum Thema Studien zum autoritären Charakter und ich bin im Gespräch mit Eva-Maria Ziege, die zu diesem Themenkomplex einige Bücher veröffentlicht hat und wir haben jetzt schon einen Blick auf die Studie geworfen und auf den Aufbau der Studien. Frau Ziege, man hat den Eindruck, wir haben jetzt auch den Schlenker gemacht, weg vom Antisemitismus, obwohl der am Anfang der Sendung eine sehr große Rolle gespielt hat und darauf geht Adorno, die Autoren auf jeden Fall auch ein in der Studie und sagen, die Arbeit entwickelte sich über den Antisemitismus und je weiter sie fortschritt, desto mehr verschob sich ihr Schwerpunkt. Dennoch wird in der Studie selbst beschrieben und es ist natürlich auch völlig klar, dass der Antisemitismus eine sehr große Rolle gespielt hat, weil er natürlich eigentlich mit auch die Triebfeder für diese Studien gewesen ist, eine der wesentlichen Triebfedern. Es kommt dann eine Liste der Fragen auch bezüglich der Juden. Also ist der Antisemitismus in der Studie nicht weg, sondern eigentlich immer noch ein wesentlicher Bestandteil? Ja, also das war eben auch ein Ergebnis dieser Studie Antisemitism among American Labor gewesen 1944, dass man feststellte, wenn man nach Antisemitismus fragt, bekommt man viele Antworten, die sich auf ganz andere Gegenstände beziehen, die Wirtschaftspolitik, die internationale Politik, was auch immer und dass man erkannte, dass man den Antisemitismus nicht isoliert von anderen Phänomenen untersuchen kann. Und so hat sich diese Studie, The Authoritarian Personality, eben wegbewegt von einer Studie über Antisemitismus, die sie ursprünglich sein sollte. Und das war auch der Auftrag des American Jewish Committee an dieses Forschungsteam, bewegte sich von diesem Gegenstand weg zu einer allgemeineren Fragestellung, die dann eben genau in der Formulierung dieses Idealtypus des autoritären Charakters in der F-Skala mit der Messung von Dispositionen mündete. Und das war etwas, was Adorno aber in gewisser Weise unbefriedigt zurückließ, weil er sich fragte, also der Antisemitismus hat ja offensichtlich einen ganz zentralen Stellenwert für den autoritären Charakter und den muss man genauer untersuchen, das muss man auch erklären, warum jetzt gerade die Juden diejenigen sind, die ein solcher Kern der Stereotypenbildung sind und eben auch dann des Hasses auf eine Minderheit, und dieser Hass liegt ja nicht im Verhalten der Minderheit begründet, sondern muss verstanden werden über die Psyche desjenigen, der diese Vorurteile hat. Und deshalb hatte er dann in einem schon fortgeschrittenen Stadium der Studie die Idee, auf der Grundlage von Antisemitism among American Labour einen kleineren Zusatzfragebogen zu konzipieren, das ist der, den Sie gerade genannt haben, der eben direkt nach Juden fragt, also genau entgegen der indirekten Fragemethode des eigentlichen Ausgangsfragebogens von The Authoritarian Personality. Und da werden direkt bestimmte Einstellungen zu Juden abgefragt und Adorno selbst äußert auch in dem Buch, auch in dem Text seine Überraschung darüber, wie eindeutig, wie klar die Äußerungen der Befragten zum Thema Antisemitismus sich als antisemitische auch zu erkennen geben. Also es gibt gar keinen Grund sozusagen für die indirekte Befragung, für das Offenlegen von versteckten oder verdeckten Dispositionen, die vielleicht nicht salonfähig sind und deswegen nicht geäußert werden sollten. Und daraus entfaltet er dann auf ungefähr 80 Seiten in The Authoritarian Personality, das ist ein geschlossenes Kapitel in dem Buch, eine psychoanalytische Interpretation des Interviewmaterials, die sehr umfassend den gesamten, ja man kann fast sagen, die gesamte Gedankenwelt des Antisemitismus beschreibt in psychoanalytischen Termini. Diese Fragen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, die in einem Fragebogen oder in einem Interview dann den Menschen gestellt wurden, um da ein, zwei zu nennen, ist es wahr, dass die Juden zu großem Einfluss haben beim Film, beim Rundfunk, in der Literatur und an den Universitäten oder dann auch weiter, was werfen sie vor allem vor, sind sie aggressiv, haben sie schlechte Manieren, haben sie die Banken in der Hand? Wie Sie gerade schon sagten, um das noch einmal zu unterstreichen, ist es wirklich nicht mehr verklausuliert, also dass man irgendwie was hervorlocken möchte bei den Leuten, sondern das ist sehr direkt und gefragt, sodass man den Eindruck hat, dass wahrscheinlich jetzt heute Leute da sofort, wenn man das jetzt fragen würde, mit einer aufgeklärten Gesellschaft, hätte ich die Hoffnung, vielleicht trügt das auch, dass man das sofort wittert und dann nicht die Antworten gibt, die man dann hören möchte. Das war aber zu der Zeit wahrscheinlich anders und Sie haben es gerade gesagt, das war dann einfach eine direkte Art der Fragestellung und Adorno war überrascht über die Antworten, die dann auch kamen zum Teil. Das Ganze, Sie haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, Sie haben zu Recht auch noch einmal auf dieses psychoanalytische Modell verwiesen, wo ich als klassischer Beton-Maxist stehen geblieben bin, mündet dann auch in der Beschreibung der Studien der verschiedenen Syndrome und da ist natürlich das autoritäre Syndrom dann etwas, was genauer beschrieben wird und da schreiben die Autoren auch, es folgt dem klassischen psychoanalytischen Modell, das den Oedipus-Komplex auf sadomasochistische Weise löst und dass Erich Fromm den sadomasochistischen Charakter genannt hat und so weiter, wird da nochmal sehr genau und sehr psychoanalytisch das autoritäre Syndrom beschrieben. Kann man das in der Kürze der Zeit umreißen? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist die Frage viel zu weitgehend für das nahende Ende der Sendung? Nein, ich denke, das kann man schon. Der Gedanke ist, dass die Menschen Triebe haben, das ist das, was Freud das Essen nennt und im Prozess der kindlichen Individuation muss es lernen, bestimmte Triebregungen, also dass es zum Beispiel unmittelbar gefüttert werden will und so weiter, das muss es unterdrücken, es muss sich anpassen an die sozialen Zwänge, denen es unterworfen ist, weil es machtlos ist, weil es gar nicht anders kann und das ist dann ein Vorgang der gesellschaftlichen Zwänge, der sich umsetzt in eine innere Verdrängung von Triebregungen, die dann auch internalisiert wird. Das heißt, das Kind sagt sich nicht ständig, ich muss das machen, weil meine Eltern das wollen, sondern es internalisiert diese Zwänge in dem, was dann letztlich zu einer Ausbildung einer Sozialisationsagentur in der individuellen Psyche, dem sogenannten Über-Ich, führt, in dem es eben verzichtet und das erfordert eine komplexe Operation, in der man sich einerseits den Autoritäten unterwirft und das ist immer unangenehm und andererseits sich mit ihnen identifiziert und das ist genau das, was mit diesem Begriff des Sadomasochismus beschrieben wird, also die Zurichtung des Individuums, so drückt das Adorno einmal in einem Text aus, dass sich eben der sozialen Anpassung nur einfügen kann, wenn es an Gehorsam Gefallen findet und gleichzeitig bleibt aber ja auch diese innere Auflehnung gegen diese Unterwerfung und diese beiden gegenstrebigen Bedürfnisse des Menschen, die drücken sich eben genau in dieser sadomasochistischen Triebstruktur aus. Frau Ziege, wir sind, vielen Dank noch einmal, wir sind fast am Ende der Sendung angelangt. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch, also die Studien zum autoritären Charakter und auch ihre Bemerkungen und das Buch Antisemitismus und Gesellschaftstheorie eher nicht, also nicht als Soziologe gelesen, sondern als politischer Hörfunkredakteur oder wie man das auch immer umschreiben möchte. Ich war erstaunt an vielen Stellen, wie tagesaktuell es ist und wie wertvoll und wichtig es auch ist in der heutigen Zeit. Da bin ich eher aus der Warte rausgegangen und habe beim Lesen manchmal gedacht, mein Gott, ich lese ein Buch aus der heutigen Zeit, wenn es da um den Präsidentschaftswahlkampf ging, bei Roosevelt irgendwie falsche Auszählung der Stimmen, das war alles so unglaublich tagesaktuell. Ich kann es allen ans Herz legen und ich denke, Sie würden auch noch mal Werbung dafür machen, die Bücher zu lesen, weil Sie sich ja ausführlich und umfangreich damit beschäftigt haben, oder? Ja, natürlich, also es lohnt sich immer zu den Texten selber zu greifen und auch eben zu den Primärtexten und nicht so sehr zur Sekundärliteratur, denn die sind durchaus zugänglich dargestellt und sie erfordern auch kein soziologisches Vorwissen, wenn man bereit ist, sich auf den Text einzulassen. Nee, das haben Sie richtig, genau richtig formuliert. Mir ging es auch so und ich kann da auch nur Werbung machen, weil nachdem ich dann Wikipedia gelesen habe dazu, da dachte ich, es macht manchmal Sinn, das Ganze zu lesen oder sich die Zeit zu nehmen, da noch mal tiefer einzudringen. Frau Ziege, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast in der Sendung waren und es hat sehr viel Spaß gemacht, da einmal einzutauchen und anzureißen und jetzt kann man nur sagen, die Hörer und Hörerinnen sollen das Buch oder die Bücher selbst zur Hand nehmen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.